Schade. Schmied. So, wir machen jetzt den zweiten Punkt. Ja, okay. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Sieb. Acht. Und drei. Andere weit. Drei. Und sieben. Und acht. Neun. Und zehn. Und elf. Und acht. Und zwölf. Und dreizehn. Und dreizehn. Und jetzt noch einer. Jetzt nehmen wir uns. Nünchze. Und sechze. Zitze.